Steigt die Inflation jetzt im August auf 12%? Davor warnt jetzt Deutschlandstar-Ökonom Hans-Berner Sinn. Wie kommt Sinn auf diese Horrorzahl? Das Geheimnis hinter seiner Rechnung, die explodierenden Erzeugerpreise. Hersteller müssen immer mehr bezahlen, um ihre Güter zu produzieren. Die Preise bei den Erzeugern stiegen zuletzt so hoch wie noch nie zuvor, um mehr als 36%. Und das Ende vom Lied? Ein Drittel von diesem Preisschock landet normalerweise beim Verbraucher, also bei dir. Im August drohen deswegen jetzt 12% Inflationen. Wie du dich davor schützen kannst, schau unbedingt rein in mein aktuelles Video.